jetzt bin ich mal gespannt ob ich da irgendwie ne die fledermaus kann nicht schwimmen auch gut ach komm untersuche die lady of gothen hey das gibt es doch nicht das gestern heute und morgen der menschheit sind entschieden wer fragt das ritual zu stören bist du das mich hier raus dies ist geheiligter boden heide du hast dir nichts verloren doch gott hatte ich zu mir gesandt auf das ich in deinem blut baden möge meine kinder der teufel zeigt sich im schwarzen gewandt er schlag die dopfer was ist denn mit den leuten los meine güte wie kommen die immer auf so quatsch hier wir haben auch nur noch ein paar sekunden minuten dafür zeit sind sie noch irgendwelche vollidioten so ihn haben wir dann auch mal hier allesamt ihnen mangelte es an glauben batman mir nicht ich kenne die wahrheit sieh wie die zähne seine zähne durchtrennt und ich in unsterblichkeit bade das ist ein komischen chaos schweig mein kind ich bin dem tod öfter begegnet als du dir vorstellen kannst ich werde noch da sein wenn du tot bist batman gotham wird mir gehören spar dir deine reden ging's nicht schneller kleiner scherz das riecht nach meiner story das ist es batman so komme ich wieder ins geschäft meine eigene show und der erste gast wie wärs der echte batman deine story ich nehme dich mit zum gcpd also eins muss man den leuten ja lasse irgendwie möchte da jeder gotham beherrschen ziemlich kranke nummer von denen aber mir soll es recht sein so batman hat seinen privatsparkplatz hier oben beim gcpd auch nicht schlecht jetzt sind sie in meiner kirche diakon sieh dich um batman sieh dir an was du schützen willst gotham ist verloren warum kämpfst du noch es ist vorbei ich bestimme wann es vorbei ist blackfire bringt ihn zu den zellen ich schulde der kirche von gotham noch eine entschuldigung für die salzsäure im weihwasser das war vielleicht eine taufe ja wie dem auch immer sei wir haben jetzt hier oben auf jeden fall schon mal das abgeschlossen wir haben ja hier auch bandit mit zwei gesichtern wir haben schon ein paar sachen hier abgeschlossen auf jeden fall und hauptmission sind wir schon bei 90 prozent das heißt ja da ist jetzt auch nicht mehr so viel aber wir haben noch genug anderes zu tun das werden wir auf jeden fall machen ähm aber nicht in dieser folge diese folge wird eigentlich auch recht kurz gehalten glaube ich ähm ja was können wir sonst noch machen wir können mal eben hier die Verbesserungspunkte nehmen wo haben wir sie da und Batsuit verbessern wir mal einfach den Batsuit und den kampf können wir nicht Batmobil können wir auch nicht Batmobil Waffen auch nicht da Ausrüstungssatz ok alles klar